Und da freue ich mich, Julia Eire begrüßen zu dürfen. Julia, ich hoffe, ich habe deinen letzten Namen richtig ausgesprochen. Du wirst uns etwas erzählen zum Thema Training und in Abstimmung mit Demensurationszyklus. Ein paar einführende Worte zu dir. Julia, du bist Sportwissenschaftlerin und Psychologin in Gießen. Du warst früher aktiv in der Stress- und Leistungsforschung und benutzt jetzt wissenschaftliche Methoden, um SportlerInnen und TrainerInnen zu helfen, sich nicht mehr am eigenen Weg zu stehen und erfolgreich zu sein. Du bist Geschäftsführerin deines Unternehmens White Lion Performance und als Sportwissenschaftlerin und Psychologin bei der TSG WISEG, Jugendförderzentrum, aktiv. Und auch als Dozentin beim Cheerleading und Cheerperformance-Verband Deutschland. Du konzentrierst dich darauf, gesunde Menschen zu schaffen, die auch eine Top-Leistung abrufen können. Kurz noch zu deiner Zertifizierung. Du bist als Strength and Conditioning Specialist durch die NSCA zertifiziert und hast Bachelorstudiengänge an der George Mason University, ich glaube, das ist in Washington, D.C., da habe ich auch mal eine Weile gelebt, und ein Masterstudium an der DSHS Köln absolviert. Wir sind sehr dankbar und freuen uns sehr auf deinen Vortrag, liebe Julia. The stage is yours. Vielen herzlichen Dank. Ich will einfach meinen Bildschirm teilen. Okay, genau. Das Thema, was wir heute besprechen wollen, ist Trading und der weiblichen Zyklus. Das ist ein sehr interessantes Thema, und ich habe echt überlegt, okay, ich habe 20 Minuten, so ungefähr, wie schaffe ich das alles, reinzupacken, weil das ist eigentlich viele Jahre Arbeit, 20 Jahre, glaube ich, seit wir mit dieser Arbeit wirklich angefangen haben. Und genau, ich habe sehr viel Artikel durchgelesen diese Woche, um mich nochmal vorzubereiten, und das passt einfach nicht in 20 Minuten. Aber ein kurzer Überblick geht halt immer. Genau, wie Sie schon eben gesagt haben, kurz über mich. Ich bin geburtige Amerikaterin. Ich bin in 2017 nach Deutschland gekommen, und genau, ich freue mich, hier zu sein. Ich finde es mega, die Kombination von dort zu arbeiten, hier zu arbeiten, dort zu studieren, hier zu studieren. Und ich darf dann auch immer noch im Fußball tätig sein, aber auch mit Randsportarten wie Cheerleading und Baseball, andere coole Sachen, wo auch Frauen dabei sind. Mein Ziel, wie gesagt, ist, die Wissenschaften für alle zugänglich zu machen, vor allem für Sportler selbst. Ich finde das sehr wichtig, dass die für sich selbst was mitnehmen können und auch für sich selbst, ja, so ein Advocate zu sein. Und das ist mein Ziel. Und das würden wir heute auch machen. So, hier sind vier Sätze, die ich sehr oft gehört habe in meiner Arbeit, und kommen auch direkt, nämlich aus ein paar Studien, die ich gelesen habe. Ich will es nicht ansprechen, weil es unangenehm ist. Ja, klar, manchmal geht es einfach nicht in manchen Situationen oder mit männlichen Trainern. Vielleicht wissen die nicht, wie es ist, oder vielleicht ist es einfach awkward, keine Ahnung, ich mag den Mannschaftsarzt nicht oder so. Aber 55 Prozent von Spitzensportlerinnen in Deutschland, von dieser eine Studie, fühlten sich eigentlich unwohl, über dieses Thema mit ihrem Trainerteam zu sprechen. Und das ist nicht gut. Zweiter Satz. Ich habe das Gefühl, dass meine Leistung darunter leidet. Ja, klar, es gibt viele Symptome, die sind nicht angenehm, nicht alle. Und ja, natürlich kann da Leistung darunter leiden, wenn man negative Nebenwirkungen hat. So 75 Prozent von Frauen allgemein, das ist auch natürlich dann auch auf Sport bezogen, oder Frauen im Sport, haben davon negative Nebenwirkungen. Das heißt, ja, sehr starke Symptome. 65 Prozent davon glauben, dass die Menstruation eine negative Auswirkung auf die Leistung hat. Wie gesagt, das ist auszuverstehen, aber das ist schon ganz viele Sportlerinnen, die denken, oh, ich habe Symptome, heißt das jetzt auch, dass mein Verletzungsrisiko erhöht ist, oder dass ich nicht mal so gut spielen kann, und so weiter. Also das ist schon ganz viele Menschen, die das glauben. Das anzusprechen, naja, es wird eh nichts ändern. Das ist ein bisschen wie die erste Satz, aber das stimmt auch, weil der Zeit der Mädelquote von Sportlerinnen ist sehr gering, und ich sage auch Sportlern hier, weil es ist auch ganz wichtig, dass wir hier notieren, dass Transgender Männer eigentlich auch davon betroffen sind. Also es hat auch irgendwie einen physischen, psychologischen Impact von allen Leuten, oder für alle Leute, die auf Englisch sagen wir Assigned Female at Birth waren. Also nicht nur Sportlerinnen, sondern auch Sportlern, weil die Welt ein bisschen offener ist. Wichtig zu notieren. Wir gehen weiter. Der Menstruationszyklus ist auch sehr häufig aus der Belastungssteuerung ausgeschlossen. Das ist unsere Schuld, aus Sportwissenschaftlern, als Trainern, als Coaches, weil wir nicht darauf aufpassen, und wir passen unser Training nicht an. Die Menstruation und die Symptome sind einfach belastend, und wir nehmen das dann nicht, und wir hören nicht zu, und wir wissen halt nicht, was die Nebenwirkungen sind, und deswegen, das ist eigentlich unsere Schuld. Also es ist nicht wirklich angesprochen, aber es ist auch nicht, wir fragen auch nicht. Vierter Satz. Wir müssen mehr drüber sprechen, weil es für uns wichtig ist, und ich stimme da auch zu, das glaube ich voll, und 40 Prozent von dieser ersten Studie, von der ersten Satz, glauben auch, dass dieser Zyklus stärker getrackt werden muss. das stimmt mal wieder, weil es ist nämlich eine Belastung, und gehört auch zu Belastungssteuerung. Okay, Symptome, es gibt nämlich zwei Kategorien, wir haben psychisch und physisch, aber erstmal physisch, die ganz normale, für alle Frauen hier, wir wissen das, und das ist, ja, die ganz normale Liste, so Müdigkeit, Kopf, Rücken und Unterleib, Schmerzen, Überkeit, Spindel, im schlimmsten Fall Durchfall, dann auf die anderen Seite, manchmal Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, depressive Verstimmung, weniger Energie, verstärkte Enklichkeit und Überempfindlichkeit. Also, ein paar Tage im Monat, es gibt eine Range von ungefähr drei Tagen, wo das ziemlich stark sein kann. Es ist auch ganz wichtig, zu sagen, dass es nicht gleich ist für alle Frauen. Also, der Zyklus fängt in der Pubertät an, so mit zwischen acht und vierzehn mittlerweile, und es endet dann so ungefähr dreißig, fünfunddreißig Jahre später. Es kommt jede 25 bis 32 Tagen, so ungefähr, ist es wie gesagt für jede Frau anders. Das muss man mit einem Arzt absprechen. Aber genau, die Symptome treten so an drei bestimmten Tagen auf. Das ist ein Tag vor der Periode, dann Tag 1 und Tag 2 sind die Symptome stärker. Hier ist nochmal ein Überblick, wie das alles so aussieht, sehr wissenschaftlich. Es gibt hier fünf Kategorien, die sind eigentlich Subphasen. Es gibt die drei Phasen da oben, Follicular, Ovulation und dann Luteal. Wir wollen aber nochmal genauer gucken, um das ein bisschen besser zu verstehen und sagen, es gibt sechs Subphasen. Das heißt Early Follicular, Late Follicular oder spät da am Ende, Eisprung da und dann Early, Middle und Late Luteal Phase. Hier, wie man sehen kann, Early Follicular Phase, da kommt die Blutung. Also da ist der Periode und mit der Ende der Periode, was so ungefähr vier bis sieben Tage ist, wie gesagt, kommt darauf an, ist sehr individual abhängig. Sobald das zu Ende ist, dann kommt diese Late Follicular Phase, wo die Hormonen kommen mal wieder im Spiel und das bringt uns dann zu Ovulation oder Eisprung. Luteal Phase, nochmal Hormonen ins Spiel, das macht ein bisschen was aus, werden wir auch später nochmal mehr davon lernen oder mehr drüber lernen, genau, und dann Late Luteal Phase, da haben wir, was PMS heißt, oder diese Premenstrual Symptomen, das Gefühl, meine Energie, irgendwas kommt gleich, das ist am Ende diese Phase. wie gesagt, die Follicker Phase ist früh, vier bis sechs Tage Periode, dann Östrogen steigt an, Eisprung, Ovulation, dann da in die Mitte, so ungefähr 14 Tage, Hormonen nochmal, Östrogen fehlt ab, dann wir wissen, wie das ist, so das Ei wird dann freigesetzt, um den Körper für die Schwangerschaft vorzubereiten. Jetzt kommt die zweite Phase, Früh und Mitte, wie gesagt, da gibt es einfach ganz viele Hormonen, die brauchen wir nicht für diesen Überblick gerade, aber dann später, die Hormonen fallen ab, gleichen sich aus, und es endet entweder diese Phase mit einer Periode oder Schwangerschaft. Und wenn nicht, wenn man nicht schwanger ist, oder wenn Frau nicht schwanger ist, dann kommt wieder Tag eins der Periode und der Zyklus geht dann weiter. Okay, was wichtig ist, was wir davon mitnehmen können, Auswirkungen auf die Leistung, das ist eine Frage, was ich selbst sehr häufig frage, aber was ich auch sehr oft bekomme, und das ist, was mache ich damit, also was ist jetzt gefährlich, was ist gesund, was ist nicht gesund, was machen wir damit, wie können wir das verbessern, unsere Chancen. Wie gesagt, die meisten Symptome treten am Tag eins und zwei der Menstruation auf, kann auch sein, dass ein, zwei Tage vorher, das ist so anfängt, Symptome, aber hier haben wir sehr wenig Energie und vor allem so ungefähr 30% von alle Frauen, dann natürlich auch sportliche Frauen oder Athletinnen haben, was heißt Heavy Menstrual Bleeding und das ist normalerweise der Resultat ist dann Eisenverlust, also extrem wenig Energie und genau, da braucht man viele Regenerationen, Ernährung, gute Ernährung und bei höhem Estrogengehalt haben wir dann ein Verletzungsrisiko bei muskulären Verletzungen in dieser kleinen Phase, wie gesagt, das ist spät in der Follikulärphase. Okay, Anpassungen, was ist wichtig, was können wir dann im Training machen oder ändern, damit unser Verletzungsrisiko nicht so hoch ist oder dass unsere Symptome nicht so viel Wirkung auf unsere Leistung haben. Mehrere Generationen, das ist unser Hauptthema, geringere Intensität im Training, wie gesagt, wir sind hier sehr müde, es wäre keine gute Idee, dann irgendwas Extremes zu machen, also hier ist nicht der Zeit für krasse Überlastung Schnelligkeitstraining und hier ist eigentlich eine sehr gute Zeit für Ausdauer, was auch immer das heißt für diese Sportart, aber Aerobik Kapazität ist hier ein Hauptthema, das ist eine sehr gute Zeit dafür. Wir kommen nochmal hier in die Mitte zu Ovulation, Testosteron, steigt, das heißt, Regeneration wird schneller und effektiver, was dann noch weiter heißt, dass wir schneller regenerieren und eine höhere Intensität trainieren können. Krafttraining, Powertraining, Schnelligkeitstraining, alles, was nicht, was früher nicht geht, in die erste Hälfte geht jetzt, weil wir können uns schnell regenerieren, das heißt auch, dass wir mehr machen können mit einer höheren Intensität, was eigentlich optimal ist, wenn man hier ein Spiel hat. Und die zweite Hälfte, hier kommen die Symptome, da am Ende dieser Phase, die treten wieder ein, Verletzungsrisiko steigt, wenn die Periode dann spät ist. Und hier gibt es eigentlich eine bezögelte Reaktionszeit, das heißt auch, dass komplexe Übungen hier nicht wirklich super gut sind, weil wir ein bisschen müde sind und kognitiv nicht so auf 100% sind, also das zu vermeiden ist auch keine schlechte Idee oder einfach zu wissen, vielleicht bei diesen Übungen muss ich nicht so viel Wert drauf packen in dieser Phase oder mit dieser Sportlerin in dieser Phase, weil ich weiß, dass sie in dieser Phase ist und vielleicht verzögerte Reaktionszeit ist ein Symptom davon. Wie gesagt, Anpassung zur Not weniger Komplexität, einfacher geht es nicht. Management, okay, das kommt eigentlich von der British Journal of Sports Medicine, was die so abgestimmt haben und veröffentlicht haben als Empfehlungen, Vorschläge für ein besseres System für Management. Dass jeden Verein oder Mannschaft oder Organisation Ansprechpartnern dafür hat, wo Leute wissen oder die Frauen, Spielerinnen, Sportlerinnen wissen, wir können dahin gehen, wir können darüber sprechen, wir können Hilfe bekommen und ja, wenn wir wollen, dass es offen für uns ist. Für kleinere Vereine oder Teams, es kann auch der Fall sein, dass ein männlicher Coach oder was auch immer sagt, hey, ich bin der Ansprechpartner dafür, ich weiß vielleicht nicht so viel, aber ich bin offen darüber zu reden und ich weiß, dass es ein wichtiger Teil von eurem Leben ist und so weiter und so fort. Also einfach nicht creepy zu sein, aber einfach offen zu sein, damit es nicht awkward ist und damit die Spielerinnen wissen, ich bin offen dafür. Das ist die erste Schritt, sehr wichtig. Zweite ist Monitoring Tools verwenden, wir werden gleich dazu kommen, das ist noch, wie gesagt, ein Teil von der Belastungssteuerung und wir müssen das auch so tracken. Die Daten aufheben, ganz individuell, dass wir Daten von jeder Sportlerin haben, wo sind wir, in welcher Phase, was sind die Symptome, sind wir ein bisschen, also was sind die Risikoen hier mit Verletzungen und so weiter. Man kann nämlich Apps verwenden dafür, um Symptome zu tracken und wo genau ich bin in meinem Zyklus, wir kommen gleich dazu, die dritte ist, Informationen zugänglich zu machen. Das ist, was ich immer versuche und das muss dann auch für die Sportlerinnen selbst dann auch zugänglich gemacht werden. Aufklärungen über den Zyklus, wie funktioniert das überhaupt, was ist es, was kann ich damit machen, brauche ich dann, ja, brauche ich dann Hormonal Contraceptions oder HC, um irgendwas zu machen, ist es wirklich, hat es eine negative Auswirkung auf meine Leistung, was mache ich damit, es ist wichtig, dass es eine Aufklärung gibt, hier ist, was wir machen können und was wichtig zu beachten ist. Und dann natürlich Informationen über die Symptome und über Symptomreduktion. Vierte und letzte, es Athletenprofiles erstellen, ganz individuell, Individualisierung der Datenerfassung, Zyklus, Historie, Symptomologie und so weiter, es ist auch sehr interessant zu gucken, ist eine Sportlerin sehr oft krank in dieser Phase oder verletzt sie sich regelmäßig in dieser Phase, müssen wir da besser aufpassen und so weiter. Wenn wir die vier alle machen, wenn wir offen drüber reden können, wenn es total safe ist, wenn ganz, wie gesagt, offen angesprochen ist, dann können wir eigentlich irgendwas damit machen und das dann unser Training und unsere Leistung anpassen und dann eine bessere Leistung eigentlich abrufen. Die Tools, die ich gerade genannt habe, iOS Health App, das ist, glaube ich, kostenfrei bei allen Apple-Benutzer. Da kann man auch Zyklusmanagement machen. Fitter Woman App ist auch kostenfrei in alle App Stores, soweit ich weiß. Das ist auch eine richtig coolen App, weil es auch Vorschläge gibt. Ihr könnt das essen, das ist gut für eure Ernährung in dieser Phase oder in dieser Phase. Du musst ein bisschen auf deine Beweglichkeit aufpassen oder trainieren. Hier kannst du Ausdauer trainieren und so weiter. Auch eine sehr coolen App. Einfach, um dann abzuheben über einen langen Zeitraum. Okay, Takeaways. Hier, I'm in. wie gesagt, der Zyklus ist sehr individuell. Es ist für jeden Athleten anders. Wie gesagt, Athleten und Athletinnen. Die Wahrnehmung ist sehr stark. wie gesagt, 65 Prozent von Frauen denken, es gibt eine negative Auswirkung auf meine Leistung, meine Performance. Das ist eine krasse Wahrnehmung und da müssen wir auch aufpassen. Okay, tut es wirklich irgendwas? Weil, obwohl wir wissen, dass der Verletzungsrisiko ein bisschen steigert, in kleine Phasen vielleicht ein bisschen, wir sind immer noch nicht sicher und man muss keine Angst haben, dass es negative Auswirkungen gibt oder dass es ein erhöhtes Risiko gibt und so weiter. Viele negative Symptome können eigentlich behindert werden, also mit, wie gesagt, bessere Regeneration, Trainingsanpassungen, Ernährung, solche Sachen, die können verhindert werden oder verbessert. Das Verfolgen von Menstruation und Symptomen ist ein ganz normaler Bestandteil der Belastungssteuerung und soll auch getragt werden, wie wir GPS-Daten tracken. Das ist eigentlich genauso einfach. Und wir wissen immer noch nicht genug darüber, wie es funktioniert, um das Verletzungsrisiko zu verstehen und wie das alles so funktioniert. Und ich glaube, das war auch meine 20 Minuten, so, ich würde sagen, hier sind auch ein paar weitere Informationen, falls das für irgendjemanden sehr interessant ist. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, hat mich gefreut. Da sind wir wieder. Julia, vielen, vielen lieben Dank. Das ist noch einmal schön, auch noch mal in der Theorie rein wissenschaftlich bestätigt zu bekommen. Selber kann ich auch aus der Praxis von meiner Erfahrung kurz einen Einblick vielleicht geben, dass es wirklich anhand professionellen Leistungssport sehr, sehr wichtig ist, gerade in den Verletzungsphasen, wo das Gewebe anfälliger ist, auch anhand der Menstruation, sich Aspekte zu suchen, wo bin ich leistungsfähiger, wo habe ich zu regenerieren und dass das ein Muss sein muss, ein Must-Have im Frauensport, weil das ist ja, da sieht man ja auch anhand dessen, wie viel Potenzial, weil das Bewusstsein vieler, sei es Coaches, selbst im Verein, groß gedacht gar nicht da ist und wie viel Potenzial man da ganz klar auf der Strecke lässt. Und das macht mich auf der einen Seite sehr traurig, auf der anderen Seite ist es ja auch ein ganz klares Zeichen, dass wir da dem nachgehen müssen und deswegen auch ganz, ganz lieben Dank auch nochmal an dich für dieses deutlich machen, dass wir das beachten müssen. Sehr gerne. Ich muss auch sagen, dass es ganz, es hat weitergekommen, es ist weitergekommen in Deutschland, also wir haben in Amerika und England ganz viel, viele Forschung drüber und endlich ist es in Deutschland gelandet mit Ross Julian, also das ist immer schön, wenn es so endlich nach Deutschland schon kommt, aber wir können hier ein bisschen weiterarbeiten. Ein ganz großes Dankeschön, Julia. Ich kann nur das sagen, was du auch gerade gesagt hast, Tabea. Ich denke, wenn man das gezielt einsetzt, kann das extrem zu Hochleistungen führen und vielleicht nochmal ein weiterführender Gedanke, es gibt den weiblichen Hormonzyklus, aber genauso gibt es ja auch einen männlichen Hormonzyklus und wenn man mit dem auch arbeitet, kann man da sicherlich auch ganz wunderbare Synergien schaffen und mit dieser Messbarkeit und mit dieser Transparenz wunderbar umgehen. Von daher vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Ich freue mich auch, wie es da sich weiterentwickelt und ja, danke erstmal dafür. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.